Wo schippert der Piraten Omnom denn hin? Er hat eine Süßigkeiten-Insel entdeckt. Oh, oh. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, oh. Oh. Ha, ha, ha. Mmh. Nom, 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 nom. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Der Piraten Omnom sammelt alle Süßigkeiten ein. Ein Bonbon hat er sogar schon gegessen. Er konnte nicht widerstehen. Mmh. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hmm, 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 hmm Der Piraten-Omnom hat alle Süßigkeiten auf sein Schiff gebracht und sticht wieder in See. Oh, wer ist denn das? Das ist der freche Omnom. Er ist heimlich auf das Piraten-Schiff geklettert. Was er wohl vorhat? Omnom, nein! Oh je, Omnom hat die ganzen Süßigkeiten aufgegessen. Das gibt Ärger. Der freche Omnom hat sich aus dem Staub gemacht. Der Angler-Omnom scheint heute viel Glück zu haben. Erger. Oh mein Gott, ich lege mich. Hm? 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 Ah. Ah, ah. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.